Willkommen zurück an der alten Nähmaschine. Diesmal nähen wir einen raffinierten dreiteiligen Kulturbeutel. Dieses Video hat mehrere Teile. Die anderen Teile findet ihr unten in der Box verlinkt. Heute ist das Hauptfach dran. Das besteht aus Innen- und Außenstoff und bekommt einen Reißverschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, scheiße. Da wird wieder aufgetrennt. Oh, nee. Das war's. Das war's. Das war's. um den Spiegel. Jetzt fehlt der Spiegel hier oben noch so ein Rahmen, der da reingesteckt wird. Und wie der Spiegel seinen Rahmen bekommt, seht ihr im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.